Hallihalüchen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge No Man's Sky ja wir haben ja gesagt wir gehen ja heute mal nochmal hier durch und schauen uns mal hier das die station hier nochmal an reden noch mal ein bisschen mit dem ich finde ich finde wir sollten generell mal die planeten ein bisschen besser erforschen ja ich glaube das ist langsam ein muss also was hat denn der schönes von nix nach dem weg fragen fangen wir mal nach dem weg hallo nein jetzt gehe ich mal schnell durch ich habe gedacht ich kann jetzt hier noch ein paar wörter lernen man oder halten nach dem weg eins von den beiden brauche ich also näher nicht alles eben alles gleich was sie hier labern deswegen was ist mit euch los habt ihr nichts für mich hey leute eins getroffen 30 easy was haben wir denn hier schönes ja mach mal weg lass mal nein lass mal lass mal lass mal ich könnte hier noch mal ein anzug upgrade holen weil das ist eh immer sinnvoll über anzug upgrades kann ich nie beschweren dann gehen wir mal los also Geld habe ich jetzt keins gefarmt aber ich könnte mal weiß ich wenn ihr es sehen wollt könnte ich das auch mal mit rein nehmen also on screen wie ich Geld farm ja nur halt ich sage es dann wie soll ich das dann normal abspielen lassen oder soll ich dann Zeit schaffe ja ihr wisst was ich meine oder ja so was haben wir hier schönes eine wunderschöne Kuh das hier das hier so viele sachen zum scannen man wird nie fertig mit scannen das ist unmöglich so 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 Ah. Ah. Ich bin nur noch ins Weißen da. Eine Warpzelle habe ich bekommen. Okay also ich bekomme immer Warpzellen. Wie gibt die in den Weltraum? Oh ich habe da gerade eben noch mein Männchen gesehen. Höhöh. So. Oh oh. Suche nach an dort. Achtung. Okay. Ich hoffe die schießen mich jetzt nicht ab wenn ich da rein fliege. Oh. Sieht wohl nicht so aus. Okay. Wow. Wo geht es denn? Ah da hinten geht es hoch. Da kommen ja neue Schiffe auch noch. Wo geht es denn jetzt hoch. Mal hier. Oh oh oh. Der hat größtes Triebwerk. Hallo wie viel willst du dafür haben? Oh. Oh. 16. Schaden. Oh nein. Komm lass. Was? Nee. Den scheiß kannst du behalten. So. Was haben wir denn? Was ist denn hier? Oh mein Gott ist das riesig. Boah. Oh. Das kann ich aber irgendwie kaufen oder? Hm. Angers wie. Hallo. Guten Tag. Ich will mit dir reden. Ja. Wow. Hallo. Hallo Captain. Oh ich kann den kaufen. Oha tschüss. Auf alter. Wir wollen mich verarschen. Tschüss. Wo soll ich das Geld hernehmen? Komm. Oha alter. Nee man. Du musst nicht noch ein bisschen mehr Geld spenden. Das ist 3 Millionen. Gar nicht so viel. Deswegen kriegt man so schnell Geld. Wow man. Wow. Ich weiß jetzt nicht. Soll ich jetzt aufs Kind da nochmal. Ein paar Millionen Farben. Ich könnte nochmal hier ne. 2-3 Stunden ne Farben. So wäre ne Idee von mir. So. Okay. Gehen wir zu dem. Schiff. Dann Jeff. 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 So. Dann nehmen wir mal ab. So. Dann nehmen wir mal ab. Gehen wir mal ab. Ich suche da schon einen Aufschluss, gerne. Oh, wo kommt denn die her? Wo kommt denn die her? Lol. Oha, Alter, wo kommt die her? Was ist das? Ah, ich kann es doch noch mal einblenden, das war gerade eben nicht da. Auf einmal war es jetzt, da? Lol. Alter, was ist das? Was gibt es hier noch alles? Ah ja, ich glaube, wir haben nur noch 1% von dem Spiel gesehen. Das ist ja mal mega riesig. Dafür, das ist nur 9 Gigabyte. Was ist das? Was ist das hier? Hallo? Hallo? Alter, ich bin gerade eben erschrocken. Ich dachte, alle wollen mich jetzt hier verarschen. Das kann doch nicht sein. Lied des Friedens. Lied des Friedens. Ich bin gerade, wenn ich da... Ich bin gerade mal... Komm. Ich bin gerade mal... Komm. Hallo? east ok Okay. Mhm. Mhm. Richte am Polo von der Fort. Wie sieht die da aus? Nein, muss ich nicht. Ich muss ja berichten. Ah, Simon. Was mache ich denn? Was kann ich denn eigentlich? Wohin fliege ich denn eigentlich? Alter. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott. So, dann berichten wir ihn mal. Daten übertragen. Äh, was nehmen wir dann? Wir nehmen Multiwerkzeug. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich bin einfach. Okay. Jetzt muss ich zwei schon machen mhm ok das sind jetzt nur so Gegenstände in der Ausrüstung ok also hier kriegt man legendäre oder exotische Gegenstände zwei stunden soll ich warten nicht schlecht man nicht schlecht ja gut aber ich würde sagen dann kann ich in den zwei stunden jetzt auch nochmal hier ein bisschen Frauen ähm Geld sammeln ist eigentlich perfekt wir wollten eigentlich eh Geld zahlen oder ich zumindest dann sammle ich jetzt hier noch in dem System ein bisschen Geld im Orbit hier und ja genau würde ich sagen sehen wir uns morgen wieder bis dann still im im also im dieses Vielen Dank.